Er spielt den Pass auf den Flügel. So langsam wird es gefährlich. Martial! Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. Also, da schauen wir nochmal ganz genau hin bei diesem Tor. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. So, da hat die Abwehr schlicht und ergreifend keine Chance. Nee, Zuschauen ist angesagt. Klasse vorbereiteter Treffer.